Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir starten jetzt los, wir haben jetzt gerade gepackt und es geht los nach Bayern, denn wir wollen unseren Jährling endlich, endlich, endlich mal wieder besuchen. Es ist tatsächlich schon ein halbes Jahr her, dass wir selber da waren, weil mit Hochzeit, Umzug und allem war das dann nicht möglich. Dann mit dem nächsten großen Lockdown, das war alles echt blöd gelaufen. Aber wir haben natürlich immer fleißig Updates bekommen von den Züchtern, aber live da zu sein ist ja trotzdem nochmal was anderes. Deswegen nehmen wir das heute in Angriff. Wir haben absolut nicht das beste Wetter erwischt, aber egal, es gibt nur schlechte Kleidung. Ich habe eine wasserdichte Jacke an, ziehe mir noch einen dicken Pulli drunter nachher auf der Weide und dann passt das schon. Wir nehmen euch mit und die Tage werde ich euch auch noch ein bisschen was mitnehmen, wir wollen dann noch Freispringen machen am Wochenende, aber das werdet ihr alles sehen. Jetzt würde ich euch erstmal ganz viel Spaß und uns eine gute Fahrt. Da kann ich euch aber auch gleich noch schnell das Outfit hier im Spiegel zeigen. Gibt es ja jetzt neu hier in meinem Kleidezimmer. Ah, ich liebe es auch. Die Kommode habt ihr im letzten Vlog schon gesehen, alles neu aufgebaut. Ja, einmal hier im neuen Schocke-Möhler-Outfit, also Hose und Jacke, ist aus der neuen Frühjahr-Sommer-Kollektion jetzt gerade ganz neu bei mir eingetrudelt und wird jetzt gleich mal auf Herz und Nieren getestet. Das ist auch so, das ist wie so ein Übergangshack, also es ist jetzt nicht dick, aber mit einem dicken Pulli drunter passt es auf jeden Fall, ist aber winddicht, wasserdicht. Werde ich heute auf jeden Fall testen können bei der Wetterlage. Werde ich heute auf jeden Fall Ich habe heute auf jeden Fall, We don't need answers to survive Just let us keep on with the black guys Hanging up to see if you would call me I miss you more when you seem too far away And you can play it all on me As long as we can find our way Do you remember all the times we tried to stop this Yeah, we end up the same every time Cause what I've heard is me, there's nothing left to Jetzt wollen wir aber auch noch Jetzt mal nicht so laut trinken Ein paar andere Pferde besuchen Na, wen haben wir denn da? Das ist die Melli Die kennt ihr schon seit Fohlen an Und das ist Wahnsinn, die ist jetzt schon drei Also das ist ja das Fohlen von Alex' Mama Na, Mäuschen Da gibt es noch Videos von der Fohlenschau und alles Könnt ihr gerne mal schauen Wie gesagt, sie ist jetzt dreijährig Die wird jetzt auch bald geholt Die ist hier aufgewachsen mit Weil die soll jetzt auch erst mal ein Fohlen bekommen selber Ja Und hier steht hier Laureline Vielleicht zeigt euch der Vater was Denn das ist die Mama von Rusty Ja, ist nicht immer so die freundlichste Ne, ja, ja Aber ihr seht, hier hat auch einen dicken Bauch Bekommt auch bald ihr Fohlen Ne, Mäuschen Ja Und hier ist die Mama von der Püppi Sieht man, oder? Guck mal freundlich Und noch eine kurze Verabschiedung hier Na, ihr drei? Na du einer? Du wirst ein ganz tolles Pferd Weißt du das? Ja, ne? Das weißt du Hey, what's your style? What's your drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad In the corner of my glass Boy, what's your style? What's your style? What's your drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad Oh yeah Don't be mean You're here alone In your own way Wir haben das Ganze gleich verbunden Und haben bei meiner Mama zwischen Stopp gemacht Und ich dachte mir Ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick In mein altes Zimmer Vielleicht kennen das einige von euch schon Einige vielleicht nicht Ich habe euch für Instagram gefragt Was ich euch so ein bisschen zeigen kann Zeigen soll Und das mache ich jetzt Also ihr seht Hier ist nicht sehr viel Platz gewesen Aber ich habe ja auch wenig Zeit In meinem Zimmer verbracht Ich war ja die ganze Zeit nur beim Pferd Hier ist auch noch einfach so ein bisschen Gerümpelzeuger von der Hochzeit Noch ein paar Geschenke Was wir jetzt noch nicht mitnehmen konnten Alles Hier sind zwei Matratzen übereinander Weil wenn wir hier schlafen Dann legen wir immer die Matratzen hier hin Weil sonst wird es ein bisschen eng Aber das was natürlich ein bisschen spannender ist Sind zum Beispiel hier einige Pokale Auch eine Medaille Die mir sehr viel bedeutet Vom Bundeschampionat Da sind wir einmal dritter geworden Also Bundeschampionat ist hier das Championat für junge Pferde Da muss man sich ja über die Saison qualifizieren Ja Wir hätten leider An diesem besagten Championat Auch Champion werden können Also Gold holen können Aber da gab es leider Einen blöden Vorbeirenner im Gelände Deswegen waren wir da nur noch dritte am Ende Was natürlich ins Auge sticht Ist dieses wunderschöne Bild Das kann man auch beleuchten Gut, die Beleuchtung könnte man mal reparieren Aber wofür? Ich bin ja nicht hier Ja, also das ist wirklich handgemalt Und ich mache hier so meine Hand Als Größenvergleich hin Also das ist schon sehr groß Das war auch gar nicht geplant Dass das so groß ist Das ist hier auch echt Ziemlich massiv Ziemlich schwer Das habe ich zu meinem 16. Geburtstag bekommen Das ist Tobi Mein Erfolgspony, was ihr hier gezeichnet seht Und kleine Anekdote dazu Als mein Onkel und meine Mama Das Bild in Auftrag gegeben haben Tobi war, wie gesagt, mein Erfolgspony Und es war eine sehr, sehr emotionale Verbindung Immer zu ihm Da hat der Maler Das hat ein guter Bekannter von uns So ein Beispielbild mitgebracht Und das war so 30x30 oder so Also einfach so Ja, naja So von den Farben, vom Stil her Und sie dachten halt Das wird so in der Größe Naja, jetzt ist es sehr groß Das wird auch noch seinen Platz Bei uns zu Hause finden Wir wissen aber noch nicht so genau, wo Weil das muss halt auch echt stabil aufgehangen werden Weil das halt sehr schwer ist Und dann soll es ja auch nicht irgendwo hängen, wo man es nie sieht Aber das sind natürlich alle Sachen, die dann irgendwann mal mit umziehen werden Hier sind auch meine restlichen Scheppen als sächsische Meisterin Meine letzte hängt ja bei mir im Büro Aber hier sind eben die vorhergehenden Also ich bin ja zehnmal Meisterin geworden insgesamt Und hier seht ihr auch Also natürlich oft Vielseitigkeit Aber auch Dressur Meine allererste war am Springen Also Vierkampf natürlich auch Also ja Ich war viel unterwegs Es fragen ja auch immer ganz viele Dass ich mal viel meine Schleifensammlungen und so zeige Es fragen ja auch immer viele Ob ich mal so Schleifensammlungen und so zeigen kann Werde ich bestimmt irgendwann können Wenn das alles auch mal bei uns ist Ihr seht, hier sind keine Schleifen Weil ich habe die dann irgendwann nicht mehr aufgehangen Ich habe die, als wir das Zimmer hier mal renoviert hatten Weiß ich nicht Da war ich 15 So was Irgendwie so um die Dreh Glaube ich Und da haben wir die halt alle mal auf den Dachboden gepackt Weil es war nicht mehr Es war kein Platz mehr Und da waren es glaube ich so 400 oder so Die wir weggepackt haben Also die sind halt jetzt einfach erstmal verstaut Und mit denen werde ich mir noch irgendwas einfallen lassen Aber Deswegen kann ich euch die halt nicht zeigen Was ich euch zeigen kann Ist auch noch hier auf dem Schrank aufgebaut Das sind so Artikel Wo ich mit drin bin Das sind Bücher über das Vogtland Also hier ging es so um den Reitverein Lengenfeld Und da ging es explizit um mich Hier war ich ja Pferdeprinzess Äh Reiterprinzessin Vogtländische Reiterprinzessin Deswegen auch dieses Outfit Ja und hier einmal mit Malu aus der Geländeponyprüfung Das Bild Ja hier sind so ein paar Andenken an Urlaube und sowas Vor allem auch an Russland Weil ich weiß nicht ob ihr das wisst Ich mag Russisch und so sehr Hab das in der Schule mal gehabt Ich war da auch zum Schüler austauschen Und bin jetzt auch gerade dabei Meine Russischkenntnisse mal wieder aufzufrischen Weil mir das irgendwie fehlt Ja hier ist dann nochmal auch so ein Artikel Das war auch hier über den Verein und mich im Grunde nochmal so eine Kurzfassung Das ist so ein direktes Sportlerbuch Das Vogtland ist eine Sportler oder so heißt das Ja auch bestes Wetter hier beim Turnier gehabt Ja meine Kerze von der Konfirmation von der Taufe und sowas Ist halt alles noch hier Das hier ist zum Beispiel von der Deutschen Bad Hartburg Das müsste glaube ich meine erste Deutsche mit dem Großpferd gewesen sein damals Ja das sind so ein paar Erinnerungen Ich werde auch meine Mama wenn ich gleich dran denke hoffentlich Mal fragen wie es jetzt mit weiteren Videos aussieht Also wir haben ja sehr sehr viel gefilmt schon früher Ich hab da ja auch mal so ein Reitgeschichte Video gemacht Das findet ihr hier auch auf YouTube mit alten Aufnahmen Und da fehlten noch ganz 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 viele Jahre Aber wie sich die Technik halt so weiterentwickelt hat War das dann mit dem Übertragen und Überspielen gar nicht so einfach Und dafür brauchte man dann halt wieder einen bestimmten Also diese Kassetten damals noch wo das halt drauf war Dafür braucht man wieder eine bestimmte Kamera Um das zu überspielen in das heutige Format und Programm Und das war nicht so einfach Da hat meine Mama mal so ein bisschen angefangen Aber ich weiß halt nicht wie weit sie da gekommen ist Und was da jetzt so an Aufnahmen existiert Aber da will ich auf jeden Fall auch mal wieder was mitnehmen Dass ich da mal wieder ein bisschen stöbern kann Sonntagmorgen wie ihr seht wieder zu Hause Und ich muss jetzt erst mal wach werden Wir kamen in der Nacht wieder Und Es ist draußen richtig eklig Es ist super super stürmisch gerade wieder So macht das keinen Spaß Gestern als wir nicht da waren War hier strahlender Sonnenschein Und richtig schönes Wetter Und heute naja Aber egal Ein Glück haben wir ja die Halle Jetzt muss ich aber erstmal Ein bisschen intensivere Hautpflege betreiben Weil gestern in der Nacht war ich zu faul dafür Ja Ich starte auch morgens hier mit dem Face Wash von Velabia Und dann muss ich auch mal ein leichtes Peeling machen Das ist hier das Coconut Face Scrub Sieht man das? Ja Und ich habe hier immer so ein bisschen Hautschüppchen an den Nasenflügeln Und deswegen muss ich das immer mal machen Dass ich das hier alles wegbekomme Und dass das da nicht weiter ausfranst Aber ich muss echt sagen Seitdem ich Velabia Produkte verwende Für die Hautpflege Habe ich überhaupt gar keine Probleme mehr Dass es so sehr fettet Also ich hatte ziemlich ölige Haut Aber es ist jetzt so reichhaltig gepflegt Dass ich auch echt gerne ungeschminkt bin Das war früher nicht so Ich habe hier zwei Cremes Die ich verwende Also fürs Gesicht Das ist einmal für abends Das Regenerate Und für morgens nehme ich gerne das Hydrate Und hier ist noch ganz schön viel drin Das benutze ich seit Ende Oktober Und habe immer noch so viel drin Also da komme ich sehr sehr lange hin Und das pflegt einfach perfekt Das ist auch eine super Make-up Grundlage Dann ist die Haut schon mal gut vorbereitet Wenn man sich eben schminken möchte Für zu Hause ist das für mich natürlich totaler Quatsch Aber Ich muss jetzt mal eine Augencreme Aber dann ist das Gesicht vorbereitet Das ist eine sehr milde Pflegereihe Es ist alles vegan, tierversuchsfrei Und made in Germany Weil es natürlich sehr sehr gut ist Und wie gesagt Ich bin super happy damit Falls ihr das mal ausprobieren möchtet Könnt ihr das gerne mit dem Link hier tun Den ich euch eingeblendet habe Mit dem Code Link findet ihr natürlich auch in der Infobeschreibung In der Videobeschreibung Oh Mann, es ist morgens, ne? Merkt man Sonntagmorgen So, aber ich bin jetzt startklar Muss meine Haare noch kurz machen Und dann kommen die Pferde raus Und dann wollen wir heute freispringen lassen Dann nehme ich euch natürlich Pferde sind alle draußen Ich konnte euch jetzt draußen nicht filmen Weil es echt mega windig ist Weil es so richtige Sturmbönen Naja, hier drin muss auf jeden Fall morgen auch einmal wieder gewässert werden Und dann kann Alex heute Abend Ne Quatsch, dann morgen früh nach dem Gewässern Auf einmal schleppen Aber jetzt wird erst mal Die Reihe aufgebaut Es ist angerichtet Ich habe vorne Einen Galoppsprung Also zum Reinkommen Dann in out Einen Galoppsprung in out Und alles wirklich nur so klein Deswegen habe ich auch bloß einen Ständer hin Weil wir dann wirklich bloß Kreuze machen heute Können wir dann auch mit oben auf die Bande drauflegen Schräg Aber es soll jetzt heute nicht um Höhe oder sonst was gehen Dass man da ein bisschen schaut und trainiert Sondern es soll heute wirklich darum gehen Dass die mehrere Und eben dafür öfter durchlaufen Mehrere Durchgänge haben Und dadurch dann mehr Kraft und Routine bekommen Und deswegen halt nicht hoch Und jetzt macht sie nur noch einmal zu Wir machen hier immer hinten zu Weil es gibt ein paar Pferde Die dann etwas kopflos werden Und das ist ja hier schon ziemlich offen Nicht, dass da mal was passiert Normalerweise longieren wir ja draußen Auf dem Longier-Zirkel fahren Aber es ist so stürmisch draußen Dass das Dann glaube ich nicht so entspannt Funktionieren würde Obwohl hier schon sehr viel Motivation in der Halle zu erkennen ist Und hier gibt es immer eine große Läfferli-Dose Weil dann zum Einfangen hinten Gibt es immer so Nicht die ganzen Stücken Aber halt so klein gebrochen Kleines Beloni Dass sie das immer gleich mit etwas Positivem verbinden Wir führen hier immer vorne rein Dass es schön entspannt und konzentriert gleich losgeht Und eben nicht so hektisch Super! Klasse! Das ist auch gar nicht schlimm Wenn da mal so ein Stocker drin ist Das ist mir lieber Als wenn die da durchhetzen Und er macht das mit so viel Übersicht Übersicht Super! Klasse! Das wird denen natürlich auch Ganz schön eng arm ist Weil der ja so groß ist Wenn wir jetzt dann höher machen Mache ich die Abstände auch so ein klein wenig weiter Dass es nicht zu schwer wird Aber Das ist halt eine super Übung Wie viel Übersicht kann man haben? Fliegender Pferdewechsel Louis ist fertig und kann raus Kulio wird angefangen zu longieren Ich öppel in der Zeit jetzt schon mal ab Und misste weiter Und Freya bringt gleich Lumpi mit rein Dass wir da gleich den nächsten am Start haben Putzen wird übrigens überbewertet für sowas So ist es im Heifenfuß drin? Nö, sieht gut aus Guck mal, dass der Schweif sauber ist Dass nicht das ganze Stroh in eine Halle verteilt wird Aber ansonsten Ganz ehrlich Wofür? Da muss man auch einfach ein bisschen Pragmatisch denken Ist so Schneller sind wir ja dann Ein bisschen mehr Pferde schaffen wir Und die jetzt auf Hochglanz zu polieren Fürs Freispringen Nee Kulio ist heute wohl Ein bisschen übermotiviert gewesen In der Longe Bei dem Sturm aber auch kein Wunder Naja, mal gucken Ja, ja, ich hab den Ochse auch gesehen Was war das? Ja, da ärgerst du dich Na, 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 na Kollege Tschüss Na, ist die Kraft Bisschen raus jetzt Gut, super Damit hör mal auf Komm her Schatz Ja, ja, ja Das war gut Das war gut Ja Gerade bei den Jungpferden Muss man halt auch bei solchen Trainings Immer das Mittelmaß finden Der ist am Anfang zum Beispiel Jetzt immer super übermotiviert Und springt alles komplett aus Dann merkt man So ein bisschen Kraft raus gewesen Die vorletzte Runde Hat so ein bisschen gestriffen Aber die letzte Runde Hat er wieder richtig schnell reagiert Im Bein Zwar war das natürlich Noch so ein bisschen hektisch hinten raus Aber erstmal dieses Schnelle Reagieren Ist ja genau das, was wir wollen Dass er eben diesen Fehler von vorher Selber korrigiert Dafür ist ja das Freispringen auch da Dass die ihr Körpergefühl bekommen Dass die lernen selber zu reagieren Ihren Körper selber unter Kontrolle zu behalten Und zu bekommen Und deswegen höre ich dann auch mit so einem Durchgang auf Man könnte natürlich noch mehr und mehr Und nochmal mehr machen Aber Dann geht die Konzentration Und die Kraft noch mehr weg Und dann schleichen sich nur Fehler ein Und deswegen War es das jetzt für Kuleo Und jetzt geht es weiter mit Lopi Der Nächste ist auf den Weg Was machst denn du? Wow Ich kehre hier eben zu Ende Und Ganz Sieht man es? Nö Sieht man gar nichts Nö Naja Aber Georgia ist schon auf dem Weg hierher Mit der geht es dann weiter Ja, es ist alles vorbereitet Und hier liegt noch einmal Heu davor Das schiebe ich dann rein Weil die Box haben wir halt jetzt immer schon Fürs nächste Pferd hier einmal Und dann mache ich dann nochmal alles gerade Und dann kommt das Heu rein Weil sonst ist das entweder leer Oder schon verteilt Ne? Bittchen Ja Du bist auch gleich drin Aber erstmal schauen wir Was Lopi macht Das hört sich aber eigentlich ganz sachlich an Mal einer, der sich benimmt heute? Mal einer, der sich benimmt heute? Oder? Geht so Ja, verarschen kann er gut Ich nutze die Zeit gleich mal Und zeige ich nochmal hier den Boden von Nahem Ich hoffe, man versteht mich bei der Windsteck überhaupt Also das ist halt jetzt so der Zustand Wenn der nicht frisch gewässert ist Also das ist schon sehr trocken Und dann wird er halt auch rutschig Und vor allem kommen Steine hoch Also der Unterbau Kommt halt, also er wandert halt dann einfach Nach oben, sich Erosion Und hier muss einfach was gemacht werden Wie gesagt, wenn er frisch gewässert ist Lässt er sich auch richtig gut reiten Aber hier Der Sand ist halt einfach durch Super, klasse Oh, sehr gruselig Sehr gruselig Warte, warte, warte Ja, Lopi Lopi, Lopi Du siehst aus Da Wenn ihr aufmerksam seid Und aufmerksam zugeschaut habt Habt ihr gesehen, dass ich am Anfang Immer erstmal hier die Stange weggenommen habe Jetzt lege ich die aber auch bei Lopi hier rein Dass ich erstmal sehe, wie sie von alleine hingucken Und die Stange ist ja dann einfach Nur ein bisschen Rhythmushilfe Dass sie hier eben den Galoppsprung gleichmäßig groß machen Und nicht zu weit rein landen Dass es dann hier so eng wird Das hilft dann einfach Wow Wie ist das passiert? Sehr motiviert heute, ha? Ja Sehr schön Super Ey, das tut ihm so unglaublich gut Das ist so klasse, dass wir das jetzt hier wieder machen können Er ist ein Pferd, der benutzt ja seinen Körper sehr ungern Aber das Freispringen Aber das Freispringen fördert das natürlich sehr Und auch die Übersicht und die Ruhe Wenn man bedenkt, wie schnipselig der da am Anfang durchgehopst ist Weiter geht's Super Super Lompi macht gerade einen sehr fokussierten Eindruck Wir probieren mal ihn durchlaufen zu lassen Klasse Ja, sonst führen jetzt wieder rein Das ist ja gut Das ist ja alles gut Freundchen, entweder durchlaufen oder warten Gut Super Super Fast Fast Lompi Anna sagt nochmal, einer Pferde sind doof Dass er genau weiß, dass er da eigentlich zu bremsen hat Ich muss einfach die Schneise weiterziehen Weil rein will er ja Nein, er möchte bitte geführt werden Super Also wirklich, ne Wenn er ein bisschen loszackelt, einmal anhalten Soll er mal so ein bisschen ruhiger vorne reinkommt Ja Er darf ja auch nicht einfach los Wenn er es darf, ja Aber nicht immer Jawoll Gut Besser Super Weiter geht's mit Georgia Auch übermotiviert Wie eh und je Aber Ich hab's euch ja Die letzten Male schon gesagt Dass sie zur Zeit richtig Fortschritte macht Also die ist ja jetzt Jetzt sind's glaube ich sieben Wochen da Und kommt ja komplett aus der Babypause quasi Und auch körperlich Die sieht schon viel besser aus, ne Die hat nicht mehr so einen Bauch Nicht mehr so dick Richtig gute Figur bekommt sie Der Bauch kommt hoch Bauchmuskeln bauen sich auf Richtig super Weil es natürlich noch So ein bisschen schwer ist Seht ihr auch jetzt hier Hier im freien Lockeren Longieren So, dass sie Vorne genauso Dieses Ausgleichen mit dem Hals Mit der Balance Noch nicht so ganz festhalten kann Aber Das kommt mit der Zeit Das ist schon viel viel besser geworden Auch beim Reiten Da kommt auch Nächste Woche Glaube ich Also am Mittwoch Hab ich das getimt Ein aktuelles Reitvideo mit ihr Ja super Naja aber geht doch So wild ist sie gar nicht heute Für Dörter hab ich die Stange Aber direkt hingelegt Weil da weiß ich Von den letzten Malen Dass sie das einfach auch braucht Um da Ruhe zu bewahren Um die Übersicht zu haben Gut Ah ja Ich glaub da hat jemand Bock Du hast doch einen an der Klatsche Wir probieren es jetzt mal Mit durchlaufen lassen Na die Puroköpferde Kennen das eigentlich Aber Man muss halt aufpassen Freuer steht am Eingang Ausgang Super Gut Du Schnarchi Also Motivation ist da Da kann man nichts sagen Und die Technik auch Ey wie die sich rund macht Und die Beine da weg kriegt Obwohl sie da so durchflitzt Sehr gut Ja super Ja super Ja super Auf verschiedenen Sorten diesmal Weil es jetzt sowieso nicht fehlen darf Bei mir ist Alpine Chocolate Absolut beste Sorte Für Alex etwas fruchtigeres Ich mag solche Beerigen Sachen nicht so gerne Aber eher Und dann noch was ganz Neues Und zwar Heavenly Hazelnut Whitefoot hat ja immer mal Das sind ja zum Beispiel Ersatz Mahlzeiten Also wenn man jetzt eben es nicht schafft Zu frühstücken Für mich fürs Turnier immer super Weil dann habe ich so einen Drink Und der macht locker vier Stunden satt Und es ist halt schnell getrunken Es liegt nicht schwer am Magen Also definitiv mal ausprobieren Mein Code ist dafür immer aktiv Also egal was ihr bestellt Immer mal reinschauen Da es die letzten Tage und Wochen mit Rusty sehr gut war Also gerade auch so Bodenarbeit, Doppellonge Er war aber auch beim Reiten teilweise richtig gut entspannt Habe ich gedacht Ich probiere es jetzt einfach mal Ihn freispringen zu lassen Also er hat ja irre viel Talent Aber er steht sich komplett selber im Weg Weil er sich ja immer so reinsteigert in alles Aber wie gesagt Die letzte Zeit war wirklich mit sehr guten Phasen dabei Und ich führe ihn immer erstmal durch Beim Ablongieren vorher war er durch den Sturm Ziemlich nervös Das hatte sich dann aber schon gut gelegt Wichtig ist eben immer sehr viel Ruhe bei ihm bewahren Und am Boden geht halt alles mit ihm Also wenn ich mit ihm zusammen Irgendwo hingehe, laufe, mache, tue Macht er alles Also das Problem ist halt dann eigentlich immer Wenn er das entweder alleine machen soll Oder wenn man eben drauf sitzt Und er sich dann auch so alleine fühlt Danach habe ich nochmal kurz longiert Dass er wieder Abwechslung hat Sich da schön beruhigt Das hat auch gut geklappt Trotz des Sturms Aber ja, nee Das werde ich auf jeden Fall erstmal wieder lassen Ihr seht, er macht vorne zwar einen ganz tollen Sprung Aber er ist super nervös Total hektisch Und lässt sich einfach komplett aus der Fassung bringen Und so ging das dann weiter Wir konnten dann auch nicht mehr filmen Weil wir alle Kräfte gebraucht haben Ich bin jetzt gerade noch die Püppi geritten Die hat heute keinen Freispringen gehabt Die war das letzte Mal dabei Und die macht das hier sehr gut Easy peasy Da muss ich die nicht jedes Mal mit durchlaufen lassen Für sie war es heute wichtiger Dass ich sie nochmal geritten bin Weil morgen ein Satteltermin ansteht Das werde ich mitfilmen Aber erst dann veröffentlichen Wenn das alles safe ist Aber ist natürlich sehr interessant Da auch so die ersten Eindrücke von Sätteln Wenn man das erste Mal drauf sitzt Gleich festzuhalten Aber deswegen war das eben wichtig Dass ich sie auch nochmal geritten bin Weil sie heute schon super büffelig war Obwohl sie jetzt die letzten Tage immer Programm hatte Kein Pausetag seit Montag Aber die ist halt echt Die braucht das halt Also kein Pausetag heißt jetzt nicht Dass die jeden Tag sonst wie hart arbeitet Gar keine Frage Aber ja Am Donnerstag bin ich Sie ist das letzte Mal geritten Dann Freitag waren wir bei die Lava Und da ist sie freier geritten Also hier ein Mädel aus der Reitschule Die haben wir ja so ein bisschen mit Unter die Fertüche genommen Und die strengt sich sehr an Und deswegen darf sie dann natürlich Dann auch solche Pferde mal mit reiten Also von meinen Pferden Die brav sind Also jetzt nicht die jungen Brittpferde Oder sowas Aber halt meine Pferde Und Conny war dabei natürlich Und hat das alles beaufsichtigt Und das ging richtig gut Gestern hatte sie dann Kräftig Longenprogramm für Konditionsaufbau Also das heißt jetzt nicht Dass sie da die ganze Zeit schwitzend durch die Gegend rennen Aber eben jetzt nicht nur eine Viertelstunde mal locker joggen Sondern eben ein bisschen längeres Programm mit Pausen Dass sie eben Kondition weiter aufbauen und halten Und ja, heute jetzt geritten Und schon, dass ich zwei Tage nicht geritten bin Hat man gemerkt Die ist da echt empfindlich Die braucht das, weil sonst wird die knitschig Deswegen bin ich sie halt jetzt nochmal gesprungen aus Also ganz klein Einfach so für die Richtigkeit links, rechts Bisschen Wendungen hin, her Über zwei Ochser durch die Diagonale So als Doppelkreuze gestellt Hat aber wirklich schon was gebracht Also am Ende war sie deutlich lockerer Am Anfang war sie richtig zickig Naja Aber jetzt ist Feierabend für heute Wir haben es jetzt um vier Und ich mache jetzt nochmal mein Futter fertig Die Pferde kommen ja nachher dann rein Aber die können jetzt bei dem Wetter Auch wenn es windig und eklig für uns ist Aber es ist ja trocken Da können die noch schön draußen bleiben Solange es geht Und ich habe jetzt ein bisschen Sonntag wenigstens Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen Ich glaube, es waren wieder sehr viele verschiedene Eindrücke Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dran geblieben Auch wenn das immer ganz schön lang ist jetzt Aber ihr mögt das sehr gerne Ja, wir sehen uns am Mittwoch bei einem neuen Video wieder Und bis dahin wünsche ich euch einfach ein schönes Wochenende Tschüss